Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles, ich begrüße euch zurück in der Division 2. Weiter geht's mit der dritten Fahndung in der Season 4. Ja, jetzt, dass ich die Sachen nicht verwechsel, die Nummern, ja, also weiter geht's. Ist aber noch nicht die letzte Fahndung, also ihr könnt heute noch nicht lau legen oder auch nicht, oder wir werden sehen was passiert, aber wir schauen uns jetzt natürlich zuerst mal an, wie geht's weiter in der Season 4, der ist jetzt Stilgefährdung und Vorposten, das ist jetzt komplett beendet. Ja, also das geht gar nichts mehr, Vorposten ist weg, ihr könnt auch keine Schlüssel mehr umtauschen, sofern ich weiß. Er sieht Stilgefährdung, die ist auch vorbei und jetzt haben wir 6 Tage lang, bzw. 7 Tage lang, 6 Tage 23 Stunden, Zielperson Magnus. Wieder daran denken, wir haben den Multiplikator mal 2, ja, es geht also wieder relativ fix, das heißt, wir können gleich wieder etliche Level Rucki-Zucki mit dieser Liga machen, oder generell, wenn ihr spielt. Und wir sehen uns jetzt natürlich Magnus an, ja, ja, so sieht's aus, lau können wir noch nicht erlegen, ja, das ist es dann in 3 Wochen. Und hier werden wir dann noch sehen, wie es weitergeht, ja, also töten wir sie, bäh, dann wäre es echt mies, haut sie ab, wissen wir, was in der, oder dann wissen wir, was im Jahr 3 kommt, ja, weil es gibt keine Season, sondern es kommt dann das Jahr 3. Okay, somit, Magnus, was müssen wir machen? Ich habe mich nach New York gestellt, weil ich dachte, es geht weiter in New York, aber nee, denkst du, nee, nee. Wir bleiben in DC, downtown West, 2 Kontrollpunkte, Kopfgeleinsatz, einmal Bankhauptquartier, Constitution Hall, 3 Kontrollpunkte, einmal Kopfgeleinsatz, einmal DCD, Westend, 3 Kontrollpunkte, einen Kopfgeleinsatz, einmal Regierungsbunker und einmal Roosevelt Island. Ja, also es sind nur 1, 2, 3, 4. Sehr wenig, relativ kurz, aber macht nichts, ja, es passt. Das heißt, es geht relativ zügig. Wie gesagt, passt auf ein bisschen, hier mit diesem Multiplikator, denn der gilt für 15 Millionen, glaube ich, wenn man ein Spiel laden will, nee, 10 Millionen, 10,5 Millionen, sowas, nicht 15, sondern 10,5 Millionen. Hier gibt es eben geboostete EP, ist immer relativ gut, Bonusbelohnung, Saisonbehälter, okay, however, ja, also am Ende kriegt er auch noch einen Saisonbehälter, macht nichts, ne, passt eigentlich. Und, ja, nächste Woche geht es dann weiter mit der Liga, die geht dann wieder zwei Wochen, aber das sehen wir uns dann nächste Woche an, wie es weitergeht, aber es sieht schon ganz so aus, als würde es auch wieder hier bleiben, in, ja, Verbündeten in DC, also wir bleiben in DC. Hinweis noch, Expedition Kenley College ist verfügbar. Ja, also wer Kenley College machen will, das geht auch jetzt diese Woche, wieder mal. Vielleicht schaue ich mal rein, hat sich da was getan? Dann Kommentare benutzen, ja, schreibt es mal rein, warum der Charles Kenley College spielen sollte, ja, und nein, die EXO habe ich, die EXO ist nicht ein Grund dafür, Kenley zu spielen, habe ich eben nicht gemacht, vielleicht mache ich es, why not, könnte ich machen. Ja, ich schaue es mir an, aber schreibt es mir in die Kommentare, was ihr zu Kenley sagt. Jo, somit, das war's, nicht vergessen, Maintenance ist auch, 19.01. sollte das Ding jetzt down sein, es ist Maintenance, ich habe geschaut, stand noch nichts drin, warum oder wieso, oder weshalb, ich bin gespannt. State of the Game gibt es auch keine News, morgen, so wie es aussieht, nichts, sie haben nichts angekündigt, lasse ich mich trotzdem überraschen. Somit, jo, das war's, Kommentare, Like, Abo, wie immer, gerne gesehen und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.